Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Olaf Lieser von Optionsuniversum. Wenn die Prämien hoch sind, wenn die impliziten Wohler hoch sind, dann lohnt es sich in unsere Art von Trading einzusteigen. Liebe Zuschauer, wir haben zur Zeit ein Hochwohler Marktumfeld. Das heißt, die impliziten Wohler sind hoch, das gilt für den Aktienmarkt, Index, Aktienindizes und Einzelaktien. Es gilt aber auch für Werte wie zum Beispiel Gold und Silber und sicherlich nur einige andere. Und wir sagen immer, und das zeigen auch Tests nicht nur von uns, es ist eine Gelegenheit bei relativ hoher IV einzusteigen. Ich versuche dieses Thema, das wir und andere schon von vielerlei Seite beleuchtet haben, nochmal ein bisschen anders anzugehen. Wir schauen uns Iron Condors an und schauen uns an, was macht es für einen Unterschied, wenn ich viel Prämie einnehme oder wenn ich wenig Prämie einnehme für so ein Iron Condor. Wie sieht dann die Gewinnchance bzw. der maximale Verlust aus? Nur so viel vorab, viel Prämie einzunehmen ist im wahrsten Sinne des Wortes doppelt gut. Ja, liebe Zuschauer, ich stelle Ihnen hier zwei Iron Condors vor, einer mit hoher Prämie-Einnahme, einer mit niedriger Prämie-Einnahme. Das ist das GeoV-Profil oder Gewinn- und Verlustprofil. Das ist unsere Optionsbrechungssoftware, mit der wir solche Dinge immer sehr gerne anschauen. Und jetzt möchte ich mal Folgendes machen. Ich zeichne einfach mal, so ich zeichne hierbei den maximalen Gewinn ein und den maximalen Verlust. Manchmal sagt man so salopp, er hat nicht nur nicht gewonnen, er hat sogar verloren. In diesem Fall ist es wirklich so, dass alles, was ich an Prämie einnehme, wirkt doppelt gut. Denn wenn dieser Trade seinen ungünstigsten Verlauf hat, dann wird er zu Verfall, zum Strikepreisunterschied, zum Strikeabstand abgerechnet. Hier nun ein weiterer Iron Condor mit wesentlich kleinerer eingenommener Prämie, bei gleicher Wingweite, sprich dem Abstand zwischen Long Put und Short Put oder auch zwischen Long Call und Short Call. Der Kontraktabstand ist dort jeweils 100 Punkte. Das heißt, abgerechnet wird im Fall des Größenverlustes auf jeden Fall 100 Punkte mal Bezugswert, sprich zu 10.000 Dollar. Und jetzt ist eben genau der springende Punkt, wenn ich nur so wenig Prämie einnehme, dann habe ich so einen großen Verlust. Und wenn wir das jetzt nochmal vergleichen mit vorhin, ich versuche das einfach nochmal einzuzeichnen, einfach mal eine andere Farbe. Ungefähr, vorhin haben wir so einen Gewinn gehabt, so einen maximalen Gewinn, wie soll ich sagen, und so einen maximalen Verlust. Das heißt, was ich versäume an Prämie einzunehmen, habe ich nicht nur nicht gewonnen, sondern kann es sogar noch verlieren. Das heißt also, zu wenig Prämie einnehmen wirkt doppelt schlecht, weil es doppelt riskant ist. Oder umgekehrt formuliert, mehr Prämie einnehmen bei solchen Positionen ist doppelt gut. Mehr Prämie einnehmen bedeutet gleichzeitig eine größere Gewinnchance und gleichzeitig einen verringerten maximalen Verlust. Und das ist einfach sehr, sehr sinnvoll. Aus diesem Grunde ist es sinnvoll, sowohl in Positionen wie Iron Connors oder Butterflies, als auch in vertikalen Sprades, in vertikalen verkauften Sprades, sollte man sagen, ist es sinnvoll, nicht zu wenig Prämie einzunehmen, damit das Chancen-Risiko-Verhältnis noch relativ günstig bleibt für den Stillhalter. Das ist im Prinzip eine banale Erkenntnis. Also ich erzähle hier nichts Neues, bloß man macht sich das nicht klar und ich weiß aus Erfahrung und ich weiß von vielen Kunden, viele Leute gehen an die Sache ran, ah, ich nehme meine Strikes sehr weit weg. Ich gehe sehr weit weg vom Geld, nach oben und nach unten, da bin ich doch geschützt. Das Thema hatten wir auch schon in den Videos behandelt, da kann mir weniger passieren. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man natürlich, wenn der Markt sich sofort zu bewegen anfängt, kommen wir sofort ins Minus. Das ist auch ganz normal für so einen Iron Condor, zumindest auf der Oberseite kämen wir sofort ins Minus, ist auf der Unterseite halt noch einen kleinen Puffer, kommt aber auch schon deutlich, deutlich vor meine Short Strikes entsprechend ins Minus und von Schutz kann in dem Sinne überhaupt keine Rede sein. Und wenn dann der Verfallszeitpunkt näher kommt und wir sind in der Nähe des Strikes, dann sieht man ganz genau, wo die Gefahr halt entsprechend lauert, wenn wir tatsächlich zu wenig Prämie eingenommen haben sollten. Deswegen, es ist nur eine vermeintliche Sicherheit, sogenannte Billig-Spreads zu verkaufen. Deswegen ziehen wir in vielen Fällen solch eine Trade auf jeden Fall vor, denn hier ist das maximale Risiko im Verhältnis zum maximalen Gewinn oder im Verhältnis zum überhaupt realistischen Gewinn wesentlich, wesentlich besser. Und am Schluss kommt es wirklich darauf an, dass man in der Summe der Trades halt entsprechend Gewinn macht. Nur nebenbei, der Erwartungswert von diesem Trade ist auch deutlich schlechter. Er ist positiv, das gebe ich zu. Ein positiver Erwartungswert ist überhaupt ein Kriterium für solch einen Trade, dass wir im Produktionsuniversum ihn überhaupt aufmachen würden, solch einen Island Condor oder Butterfly. Aber hier bei diesem anderen Trade mit größerer Prämie ist der Erwartungswert erheblich, erheblich besser. Und das trotz kleinerem Risiko. Das sagt auch schon ein bisschen was aus, in welche Richtung hier die Reise geht. Ja, liebe Zuschauer, eine vielleicht banale Erkenntnis für manche, aber wenn man darüber nachdenkt, es hilft sich immer wieder daran zu erinnern, es ist nicht sinnvoll, zu kleine Prämien einzunehmen, vor allem wenn man dann hingeht und dann auch zu große Positionen davon aufmacht. Ich könnte ja versucht sein, diesen Gold Island Corner mit weiten Spreads und geringer Prämie aufzumachen, dafür aber gleich zwei oder drei Stück, dann steigt mein maximales Verlustrisiko natürlich noch mal stärker an. Und wir halten das deswegen nicht für eine wirklich gute Idee. Unser Ziel ist es immer, auch speziell mit diesen Videos, die Leute zu ermuntern, vernünftig zu treten, nicht zu zocken und zu wissen, was sie tun. Und je mehr gute Optionshändler es gibt, desto besser ist es für uns alle. Ja, dann bin ich am Ende dieses Videos angelangt. Dann wünsche ich mir wie üblich, wenn Ihnen das gefallen hat, ein Like und ein Abo von Ihnen auf Facebook und auf YouTube. Ansonsten sind wir auch aktiv auf YouTube und LinkedIn. Da sage ich Tschüss bis zum nächsten. Ihr Olaf Lieser Ja, dann bin ich auf YouTube und dann bin ich auf YouTube und dann bin ich auf YouTube.